Der Schulanfang steht bevor und viele ABC-Schützen freuen sich auf die Einschulung. Zu diesem bedeutenden neuen Lebensabschnitt gehört einfach eine liebevoll gestaltete und gefüllte Schultüte. Mit den originellen Schultüten-Bastelsets können ganz kreative eigenhändig eine Zuckertüte basteln. Zuerst wird zwischen den Motiven gewählt. In jedem Zuckertüten-Bastelset sind alle Kreativmaterialien enthalten, die benötigt werden. 3D-Colorwellpappe, Bastelkrepppapier, Schenilledraht, Fotokarton, Flitterpapier, Vorlagenbogen und natürlich die Bastelanleitung. Und dann kann das große Schultüten-Basteln schon losgehen. Nachdem die farbenfrohe Schultüte gebastelt und kreativ verziert wurde, kann sie individuell befüllt werden. Die farbenfrohen, sechseckigen Zuckertüten haben eine Höhe von 68 cm und einen Durchmesser von 20 cm, sodass reichlich Süßigkeiten und Schulartikel hineinpassen. Überraschen Sie den ABC-Schützen am großen Tag der Einschulung mit einer von Ihnen selbst gestalteten Schultüte. So wird der erste Schultag garantiert und vergesslich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017